Sie müssen kurzfristig auswärts übernachten, dann packen Sie das Nötigste doch einfach auf folgende Art und Weise. Was braucht man zunächst? Ein T-Shirt, Unterwäsche, frische Socken und Zahnbürste und Zahnpasta, oder? Als erstes legen Sie das T-Shirt vorsichtig her und legen die Unterwäsche etwa auf Brusthöhe auf das Shirt. Als nächstes nehmen Sie Zahnbürste und Zahnpasta, links auch da drauf, und dann falten Sie die Seiten des T-Shirts nach innen. Etwa so. Jetzt kommen die beiden Socken zum Einsatz, und zwar legen Sie die am oberen Ende des T-Shirts so, damit die Öffnungen an der Seite etwas hervorragen. Und dann rollen Sie das Ganze zu einer Wurst zusammen. Etwa so. Zum Schluss stülpen Sie die Socken über die ganze Rolle an beiden Enden. Etwa so, und voilà, die Nacht kann kommen. Zum Schluss stülpen Sie die Socken über die ganze Rolle an den Zahnbürste und Zahnbürste und Zahnbürste und Zahnbürste und Zahnbürste und Zahnbürste und Zahnbürste.